Hey! Soll ich denn fahren und Gabel? Also du hast überhaupt keine Esskultur. Konka! Where is your passport? Deine Sendung gefällt mir jetzt schon richtig cool irgendwie. Enter Berlin here. Erstmal bin ich mir nicht sicher, ob es spielende Kinder sind oder ob jemand mit einer Axt hinter ihnen herrennt. Wir sind nicht käuflich, wir wollen Projekte machen. Das ist eine Super-Musik. Ich bin ja jetzt aufgestanden. Guck mal, auf die Uhrzeit. Das war jetzt schon die zweite Nacht in Folge. Aber so richtig abgehen wird es jetzt erst.